In diesem Video zeige ich euch an einem Beispiel, wie man mit einem Baumdiagramm ein mehrstufiges Zufallsexperiment beschreiben kann. Das Beispiel lautet In einer Urne befinden sich 10 rote und 10 schwarze, gleichartige Kugeln. Es werden drei Kugeln nacheinander herausgezogen. Wie viele verschiedene Ergebnisse erhält man, wenn die Reihenfolge des Ziehens berücksichtigt wird? Lösen Sie mithilfe eines Baumdiagramms und geben Sie den Ergebnisraum an. Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin Andoria von Edukanova. Die erste Kugel kann rot oder schwarz sein, also haben wir zwei Möglichkeiten. Das gleiche gilt für die zweite und die dritte Kugel. Also haben wir die Mächtigkeit vom ersten Ergebnis mal die Mächtigkeit vom zweiten Ergebnis, mal die Mächtigkeit vom dritten Ergebnis, also 2 mal 2 mal 2 gibt 8, also beträgt die Mächtigkeit vom Ergebnisraum 8. Die acht Elemente, aus denen der Ergebnisraum besteht, sind alle möglichen Pfade, das sind also rot, 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 dann rot, rot, schwarz, dann rot, schwarz, rot und so weiter bis zu schwarz, schwarz, schwarz. Mit diesem Video geht es weiter und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu diesem Thema.